... unterboten von der Equipe aus Italien. An ihrer Spitze Weltmeister Raimondo Dinceo auf dem unbändigen Belsop-Klonmel. Sein Ritt entscheidet über den Preis der Nationen für Italien. An den Pokal aus der Hand des deutschen Außenministers knüpften sich für diese vier Reiter die Hoffnungen, bei den Olympischen Spielen zu den Besten zu gehören. Mit dem traditionellen Abschied aber verbindet Aachen in diesem Jahr seinen Dank an die Reiter-Elite für ihre entscheidende Bewährungsprobe vor Tokio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ...